so damit kommen wir zur ersten map warum dieses play call of doom sigil altivate heißt wobei nämlich auch altivate mit drin ist also das vierte episode und die vierte episode die wird echt scheiße die wird echt heftig warum ich finde ich so eine scheiße auf wireless im tactical mode ich meine es ist zum glück wesentlich leichter als der normale wir sind im tactical mode von bootlum aber das heißt nicht dass es damit macht wird unmöglich bleibt unmöglich we have a problem gut ich meine das erste level wird das nicht so schön obwohl doch doch das erste level ist auch direkt knackig oder werden so hart verlieren weil hier jetzt direkt hoffenweise leute spawnen und alles überhaupt und wir werden halt hart schwer wovon haben wir am meisten munition hier von 34 1 280 tatsächlich am meisten wünsche ich könnte mich verstecken die schöne waffe die gute und nicht normalerweise viel mehr getroffen okay und halt keine weiteren auch gut bin ich mit einverstanden so viele schöne waffen ich würde mal sagen öffnen öffnen und öffnen und sicher genau deswegen nehme ich diese fischer mit denen ist für mich nicht zu spaßen so dann ist es noch einer kommen sie her mein herr schauen sie hier gibt es kaffee und kuchen hallo ich habe mich so wie so die rechte gesamte umgebung gesichert können wir jetzt mal hier danke ich habe ja ich habe überlebt wie da halt da was muss mit dem das andere fiesch treff ich gar nicht eh nicht warum kann er mich treffen wovon ich es nicht treffen kann das ist so unfair Habe ich nicht schon abgemacht? Ich will doch auch nicht. Gut. Ich werde aber nie im Leben überleben. Ich habe es geschafft. Ich lebe noch. Okay. Warum treffe ich die nicht? Hä? Digga! Was da los? Ich drehe jetzt mitten ins Gesicht und die einfach so gar nicht? Ich drehe jetzt halt einfach. Diese Penis-Kalacken. Mach! Was ist das denn? Man wurde jetzt schon wieder... Ich stehe aber hier! Jetzt und heute! Feierabend! Das war nicht gut. Nein! Nein! Ich drehe nicht. Ich drehe nicht! Ähm. Ja. Okay. Die Sachen, ich drehe ich einfach mal komplett. Da sind wir nicht nur heuer. Was ist denn heute los? Herr im Himmel! Was ist denn los mit dir? Was ist denn mit dieser Map hier? Boah. Oh, oh. Hä? War das gerade jemand? Ach, da unten. Für eine Schoßflinte. Ganz schön präzise, ne? Muss man schon mal so sagen, wie es ist. Oha. Oha. Ein roter. Ein roter Riese. Oh, der ist hintergefallen. Ich bin es. Von her. Ich bin eins. Oh! Wie kommt ihr da hinten hin, sag mal? Was für ein Scheiß läuft denn hier eigentlich? Aber die Munition sieht immer noch nicht so gut aus. Gut, bei der Woche haben wir am meisten. Ich glaube, das funktioniert. Oh, nie zu lange. Gut, warum jetzt nicht mehr hier rein zu gehen? Oha, der denn da? WTF, 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 WTF? War eigentlich das Secret mal? Ich weiß es nicht. Oh! Doch, hier war es da unten hin. Oder? Ich schwöre, hier war ein Secret. Man konnte uns hier rein. Ich habe letztens erst wieder gefunden. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. So, hier unten mal ruhiger? Oder was? Hä? Hab ich denn jetzt schon alle besiegt? Ah, ne, noch lange nicht. Dafür noch 20. Ich fühle noch eine ganze Menge. Dankeschön. Aber hier drinnen müsste ich eigentlich schon alle besiegt haben. Dann kommen wir jetzt mal. Kommtma ruhiger! Kommtma ruhiger! Ich bin Saki-Chen! Oder so eh nicht. ach stimmt, die sich hier rein teleportieren, die fehlen auch alle, zum Beispiel was ist das jetzt? wow, was war das? ach so, so war das, ok das habe ich letztens mal durch Zufall wieder gefunden, dieses Zipriter es gibt in der Map tatsächlich relativ viele Sequels, das war nicht mein Secret es gibt nämlich zwei Sequels und ja nur der Herr Online war für diese Sequels denn nein alter, was macht denn hier herr im Arsch deiner Mutter so, hier hin, ach so stimmt, ein Figur ist das da ich weiß noch nicht, wie ich das öffne hä, Moment, war ich hier nicht drinnen? doch, da war ich doch, ich dachte, das hat jetzt nicht gezählt vielleicht geht das nicht ähm, so, nochmal kurz überlegen also hier geht es nämlich auf so, und hier sind nämlich irgendwie auch Sequels ich brauch nur nicht mehr, wo es funktioniert ich glaube, da muss ich eine mehr oh, guck mal in die Hand habe ich hier nur Schaltgedämpfte gedämpft, oder? so, die Sache ist nämlich jetzt, sobald man nämlich jetzt irgendwie das Ding hier nimmt löst, das wird durch irgendeinen Mechanismus entgangen wenn man davor hier rumschießt, passiert gar nichts, oder ist das auch schon davor? ne, ich weiß es nicht ne, siehste, so sieht es doch nicht dieser Mechanismus wird damit ausgelöst, dass man hier wieder so eine Triggerlinie überstreitet und damit vorne in den Top-Wett Fischer auf beiden Seiten rein, danke dafür ähm, okay äh, die ist boh, die haben Sichtkontakt oh Gott, ich verliere holy shit, warum haben die Sichtkontakt? ah, wo die Tür jetzt gerade schon runtergefahren ist für die, die es gehört haben, die haben es gehört so, und ab jetzt wird es nämlich hässlich sobald ich weiß, kann man nämlich auch noch so einen roten Typen wieder also hier diese Barrel of Hell ne, das war's nicht aber das Ding hier fährt irgendwie runter aber ich weiß nicht oder muss ich irgendwie rankicken ach, oder ne Fackel war's, das war's so, und jetzt hat man nämlich hier so komische Schrift zu und die hässlichsten Fischer von Hässlich-Licht-Talen spawnen kommen die jetzt raus, oder was? na, kommt schon ich hab Muni für euch ich war gespart von meinem Garschengeld na, kommt doch mal Herr im Himmel hä? oh, okay das sollte normalerweise eine Falle sein aber ich war schneller als die Falle ja, das kann ja mal passieren und jetzt? jetzt komm ich da nicht mehr rein ich meine, die kommt aus dem Weg dafür zwar auch nicht mehr raus aber kann man das hier irgendwie ah, jetzt weiß ich nicht, wie die Schalter da sind eh, die Schalter hab ich wirklich noch nie beachtet oh, oh oh, oh oh mein Gott, oh mein Gott jetzt kommen die alle her na komm kommt jetzt noch einer? vielleicht dachte ich, wenn da noch einer wäre ich dachte, es waren drei ne, einer kommt noch so und das ist jetzt die Frage hat sich das geöffnet? glaube ja oder auch nicht was sind denn diese Secrets? wie war denn das? ich hab's da jedoch nicht ich hab's doch letztens so viel rumprobiert sonst hab ich alles vergessen jetzt los weiß der was give all maps ich spreche aber nach eh nicht von daher hm, hat der voll viel geholfen ähm, wie war das? i äh, i d d q nein i d d d t ja und nochmal i d d d t ah können wir bitte weggehen hier? na klar so, na, das gucken wir ja also da hinten ist ein Raum da ist ein Raum die Räume hier haben wir bereits genau hier holen wir auch nicht weiter ach, da unten ist noch ein Raum ok, ne, die, die kannte ich tatsächlich nicht ah, schau mal einer, guck du ah, ok so können wir also legitim hier hoch ja gut das kann man natürlich auch machen sehr lange, weil das und ehrlich, gilt ja, ok also beide Ziele vor Ort dahin ok, das war ein Secret von den Beinen und das andere Secret das war nein, ich bin nein oh mein Gott da komm ich führe hier drin aber auch noch ein Secret ich weiß nur nicht mehr wie man da was da was man da machen musste ich kann mich daran erinnern dass man hier in diese Räume reinkam aber offensichtlich nicht also in den Raum und in den Raum kam man glaube rein oder war das hier das Secret oder war das hier das Secret Automap schau Secrets 1 das ist nur noch der Auslandgedanke ähm, das hat das hat nicht funktioniert war das dann die 2 oder die 3 oder die 4 oder die 0 ach, komm nirgchen aber ein Originalwert keine Ahnung ähm keine Ahnung also wie man sieht diese Map hat Sequels aber ich habe keine Ahnung wo die sind ich war mir sicher dass dieser Schriftzug hier auch was er mit dem Team hatte aber offensichtlich wohl auch nicht na gut wir laden mal neu und äh bleiben bei der klassischen Art schreibt also jetzt einfach ins Ziel tschüss hat die noch was? kann das gewesen sein? auch nicht na gut dann äh ja auf mit dem nächsten Level bis dann ja komm komm oh god das Level ja bis zum nächsten Level äh 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 äh